Hallo und herzlich willkommen bei EDIs Dechlab. Im heutigen Video möchte ich euch die H-Brücke vorstellen, die es uns ermöglicht, die Drehrichtung von Gleichstrommotoren zu steuern. Und danach im Anschluss möchte ich euch den L-9110 Motor-Driver-Chip vorstellen, der genau diese Funktion der H-Brücke beinhaltet. Und nach diesem Video bin ich sicher, jeder kann das. Die H-Brücke besteht aus vier Schaltern, die wie der Buchstabe H angeordnet ist. Durch das gezielte Öffnen und Stießen dieser Schalter kann der Strom in beide Richtungen durch den Motor fließen. Für ein besseres Verständnis sehen wir uns jetzt die Animation an, die den Motor einmal nach links und danach nach rechts laufen lässt. Wenn wir jetzt die beiden anderen Schalter schließen, dann können wir somit die Drehrichtung vom Motor umdrehen. Um die Drehrichtung nicht mit Taster steuern zu müssen, können wir auch einen IC verwenden. Und hier kommt der L-9110 Motor-Driver-Chip ins Spiel. Der L-9110 H-Brücken-Chip ist ein vielseitiger Motor-Steuerungs-EC, der in der Elektronik häufig Verwendung findet und kleine DC-Motoren oder Schrittmotoren in beide Richtungen zu steuern. Mit einer Betriebsspannung von 2,5 bis 12 Volt und einem maximalen Strom von 800 mA pro Kanal eignet er sich gut für Do-It-Yourself-Projekte und Robotik-Anwendungen. Mit einfacher digitaler Steuerung und integrierter Schutzfunktion ist er ideal für präzise Motor-Steuerungen und somit bietet der L-9110 eine zuverlässige und kostengünstige Lösung für viele Anwendungen. Jetzt zählen wir uns das Spin-Out vom Motor-Triver-Chip an. Der Motor wird an den Pins OA und OB angeschlossen, wobei der Pluspol des Motors an OA angehängt wird. Durch das Vertauschen von OA und OB ändert sich die Drehrichtung des Motors. Die Pins Ia und Ib steuern die Richtung des Motors und es ist empfohlen, über den Eingang Ib mittels pulsweiten Modulation die Geschwindigkeit des Motors zu regeln. Laut Wahrheitstabelle läuft der Motor vorwärts, wenn Ia auf High gesetzt ist und rückwärts, wenn Ib auf High gesetzt ist. Zusätzlich gibt es zwei Crown und zwei VCC-Pins, die mit der Spannungsversorgung verbunden werden müssen. Wer tiefer in die Elektronik und Heimautomation einsteigen möchte, den kann ich hier dieses E-Book empfehlen. Dieses Buch wird ständig weiter aktualisiert und ihr könnt euch alle zukünftigen Updates kostenlos herunterladen. Mit dem Kauf unterstützt ihr Edis TechLab und ich möchte mich jetzt schon recht herzlich bei euch dafür bedanken. Machen wir jetzt ein praktisches Beispiel mit einem 12 Volt Gleichstrommotor. Wir legen auf dem Pin Ib eine pulsweiten modulierte Spannung an, um die Geschwindigkeit des Motors steuern zu können. Mit dem Pin Ia steuern wir die Drehrichtung von unserem Motor. Für diesen Versuch habe ich den Vemus D1 Mini verwendet und die Pins Ib auf D5 und Ia auf D6 gelegt. Es ist wichtig, dass ihr Crown von der Motorversorgung mit den Crown des Vemus verbindet. Als nächstes sehen wir uns den Sketch an. Zuerst legen wir die Pins für den Anschluss Ia und Ib fest. In die Variable Speed können wir eine Geschwindigkeit zwischen 0, was Stillstand bedeutet, und 255 für die volle Geschwindigkeit eintragen. Danach definieren wir in der Setup-Funktion die beiden Pins als Output. In der Loop-Funktion lassen wir den Motor im Uhrzeigersinn drehen. Nach einer zweisekündigen Pause reduzieren wir die Geschwindigkeit auf 150 mittels eines Pulsweiten-Signals, das etwa 60% der maximalen Geschwindigkeit entspricht. Nach weiteren zwei Sekunden ändern wir die Motorrichtung auf gegen den Uhrzeigersinn und lassen erneut zwei Sekunden laufen. Danach wechseln wir wieder auf die langsame Geschwindigkeit, bevor die Loop-Funktion von 9 startet. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr jetzt kostenlos den Kanal abonnieren und drückt die Glocke, wenn ihr keine zukünftigen Videos mehr versäumen wollt. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und über einen Daumen hoch würde ich mich natürlich auch immer sehr freuen. Vielen Dank!